Bundeskanzleramt Bettina Baumann, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, mein Name ist Bertram Bürger. Wer schreibt denn in Deutschland die Gesetze? Irgendwie habe ich den Eindruck, sie schützen nicht den Menschen und unsere Umwelt, sondern bewegen oft das Gegenteil. Da stimmt doch was nicht. Dafür ist das Kanzleramt gar nicht zuständig. Frau Dr. Merkel verbreitet nur das, was ihr die Ministerialbeamten vorlegen. Und wie erreiche ich die Ministerialbeamten? Das wird schwierig. Oft haben sie Meetings zu neuen Gesetzen. Aber die Ideen für neue Gesetze, die kommen nicht von den Ministerialbeamten. Ja, aber woher denn dann? Ich verbinde sie gerne zu einer Institution, die sich viel mit der Erarbeitung neuer Gesetze befasst. Bleiben Sie bitte dran. Vereinigung der Industrie, herzlich willkommen. Sie werden gerade verbunden. Wussten Sie schon, wir als deutsche Industrie haben sehr großen Einfluss. In diskreten Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern sorgen wir dafür, dass auch in Zukunft Konzerne schrankenlos wachsen können. Na so läuft das also. Mir reicht's. Seit Jahrzehnten richtet sich Politik nach den Interessen finanzkräftiger Lobbyisten. Menschen und Umwelt werden der Profitmaximierung geopfert. Mit uns können sie das ändern. Jetzt. Die ökologisch-demokratische Partei setzt sich für Politik frei von Konzern- und Firmenspenden ein. Mensch vor Profit. ÖDP. Alles andere ist sowas von gestern.